Was ist Parenting und wozu kann man es nutzen? Die Antwort auf diese Fragen kennen Sie nach diesem Film. Schauen wir uns im nächsten Film einmal das Parenting an. Unter Parenting versteht man die Vererbung von Eigenschaften. Ich hänge sozusagen die Eigenschaftswerte wie Positionsskalierung, Drehung und so weiter einer anderen Ebene an, ordne sie der anderen Ebene unter. Verknüpfte untergeordnete Ebenen vollziehen dann die Animation der übergeordneten Ebenen. Ein Beispiel. Laden wir uns mal die Datei Puppet aus der Puppet Tool Übung und laden sie als Komposition und schauen uns die einzelnen Ebenen an, indem wir die Komposition öffnen. Und wir sehen, wir haben hier also jede Menge Einzelteile und die können wir nun alle unabhängig voneinander animieren. Was aber, wenn ich den gesamten Arm, sprich diese vier Teile, Hand, Unterarm, Oberarm und Schulter, zusammen animieren möchte. Hier könnte man dann eben zum Beispiel mit Parenting arbeiten. Ich werde die nicht relevanten Ebenen einmal ausblenden, wenn wir uns hier mal auf den Arm konzentrieren. Ich tarne die nicht relevanten Ebenen einmal mit dem Tarnwerkzeug, damit wir hier ja noch diese vier Ebenen zur Bearbeitung haben. Zunächst einmal müssen wir eine Art Hand-Hierarchie aufbauen. Das heißt, was hängt woran? Sprich die Hand hängt am Unterarm, Unterarm hängt am Oberarm und so weiter. Und wir müssen natürlich die Ankerpunkte verschieben. Ich nehme mir also das Ankerpunkt Werkzeug und lege es jeweils an den Punkt, wo gedreht werden soll, sprich an unseren Gelenken, Handgelenk, Ellenbogen und Schulter. Jetzt sortiere ich mir meine Ebenen nach eben, also die Schulter nach oben, Oberarm, Unterarm und die Hand. Und nun kann ich die Ebenen verknüpfen, sprich den Oberarm mit der Schulter. Sie haben hier die Option übergeordnet. Haben Sie die Spalte nicht, dann können Sie hier einen Rechtsklick auf die Leiste machen, Spalten, übergeordnet einschalten. Jetzt können Sie entweder hier die Ebene auswählen oder aber Sie nehmen das Gummiband hier und ziehen es auf die Ebene, mit der sie verknüpft werden soll. Also habe ich jetzt den Oberarm mit der Schulter verknüpft. Dann verknüpfe ich den Unterarm mit dem Oberarm und die Hand mit dem Unterarm. Wenn ich jetzt mal die Schulter bewege, dann sehen wir bereits das Ergebnis. Genauso hier. Oder eben hier. Das Ganze können wir jetzt animieren. Ich denke, das Prinzip ist damit klar. Sie werden sicherlich oft auf dieses Tool zurückgreifen müssen.